hast du schon mal etwas von street gehört extrem 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 grenzgeniales die zentrales wallet oder nur alleine durch liegen lassen deiner kreuz 14 bis 20 prozent rendite machst und darüber hinaus über das jahr gesehen dein geld verdoppeln kannst wenn du den gesamten use case von street kennenlernen möchtest dann abonniere jetzt meinen kanal damit du morgen um 17 uhr 45 mein youtube video über den use case über diese dezentrale wallet genau kennenlernst ich habe mir den kevin eingeladen auf einen kanal der wird dir erklären wie das ganze genau funktioniert und wie auch du über das jahr gesehen dein geld verdoppeln kannst die im sinne kanal abonnieren glocke drücken und morgen einschalten bis bald wenn er schmied